Heute bauen wir einen richtig coolen Gallery-Effekt. Ihr seht hier viele Bilder. Die können eigentlich nicht wirklich viel, außer schön aussehen. Wenn wir mit der Maus, einem normalen Maus-Cursor in diesem Fall, über diese Bilder gehen, sehen wir aber eine Veränderung. Das ist das erste, was wir heute machen. Und zwar wollen wir diesen Siblings-Effekt erzeugen. Grundsätzlich seht ihr aber etwas Neues. Und zwar, wenn wir genau folgen, sehen wir, dass hier der Cursor kein normaler Cursor mehr ist. Wir haben nämlich keinen Cursor mehr, sondern diesen coolen kleinen Overlay mit einem Icon. Wir können da auch einen Text reinschreiben, der auch so einen coolen Blur hat. Und wie das funktioniert, wie wir so einen Custom-Maus-Cursor bauen können, den wir dann auf unserer Seite einbauen, das zeige ich euch in diesem Video. Also los geht's. So wie in jedem meiner Videos starten wir natürlich mit einem Setup. Hier ist Visual Studio Code, hier an der Seite ist Chrome. Das hier ist meine standarde Entwicklungsentgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie der Discord-Community-Server, wo ihr der Community joinen könnt, sofern ihr Fragen oder Probleme habt. Ansonsten legen wir jetzt aber los. Ich habe hier nichts vorbereitet. Ihr könnt genau hier starten. Und das erste, was wir machen, wir sollten uns erstmal ein paar Bilder erzeugen, denke ich. So los geht's mit unserem Video. Als Ausgangspunkt für unsere Galerie erzeugen wir uns eine Diffbox mit der CSS-Klasse Gallery. Hier drin verlinken wir auf ein Image. Das Alt-Attribut brauchen wir in diesem Fall nicht. Was wir allerdings brauchen, ist eine Source. Diese Source verlinkt in meinem Fall direkt auf CodePen. Ihr könnt natürlich auch lokale Bilder benutzen. Wenn ich das Abspeicher sehe, ich habe jetzt ein Bild. Aber ein Bild ist nicht wirklich eine Galerie. Deswegen füge ich drei weitere hinzu. Und wir haben jetzt hier vier Bilder, die einfach schön aussehen, aber noch nicht korrekt funktionieren. In den meisten Fällen verlinkt so eine Galerie auf die Bilder in irgendeiner Form. Das bedeutet, wir brauchen einen Link. Ein Link in HTML ist dieses wunderbare A-Attribut. Ein href braucht ihr später, um irgendwo hin zu verlinken. In meinem Fall brauchen wir das nicht. In diesem Fall möchte ich aber diese einzelnen Links mit einer CSS-Klasse, in meinem Fall Gallery-Image, später stylen und selektieren können. Hier drin verlinken wir jetzt aber auf unser Bild, was wir gerade ja schon hatten. Und das Ganze brauchen wir jetzt nicht nur einmal, sondern wir brauchen insgesamt so viele Links mit Bildern, wie wir Links mit Bildern haben. In meinem Fall sage ich vier Stück. Diese vier Bilder sind jetzt hier zu sehen und die sind alle in einem Link-Attribut bzw. Tag gerappt. Und wir können jetzt damit beginnen, die ein bisschen optisch schöner zu gestalten. Um die einzelnen Bilder jetzt optisch anpassen zu können, erzeugen wir hier eine klasse Gallery. Als erstes sagen wir, wir haben 90% weiter. Damit rutscht das alles schon mal ein bisschen zusammen, aber wir definieren hier gleichzeitig auch eine Maximalweite. Diese Maximalweite braucht auch eine maximale Höhe in meinem Fall, damit das alles ein bisschen optisch zusammenpasst. Ich möchte das als Grid definieren, deswegen sage ich Display Grid mit zwei Columns. In diesem Fall ein Fr, ein Fr. Wenn ich das Ganze abspeichere, rutscht das schon zusammen, aber es sieht alles noch ein bisschen komisch aus. Als erstes erzeugen wir uns hier noch ein bisschen Abstand zwischen unseren einzelnen Elementen, aber wie wir sehen, irgendwie formatiert sich das nicht richtig. Und das liegt daran, dass wir hier unser Bild ansprechen müssen. Also wir müssen immer unsere einzelnen Links ansprechen und die einzelnen Links definieren mit 100% Weite und einem Aspect Ratio. Also wir wollen, dass die Bilder alle genau viereckig sind und wir wollen, dass die Bilder, alles was darüber hinaus geht, abgeschnitten wird. Und wir sehen, plötzlich sieht alles ganz nett aus. Wir haben jetzt hier unsere vier Bilder und können damit weiterarbeiten. In meinem Fall möchte ich einfach noch ein Border Radius hinzufügen. Das ist einfach Geschmackssache, aber ich möchte auch, dass unsere einzelnen Elemente hier drin mit Position Relative gestylt werden. Also wir wollen unsere Bilder hier drin jetzt mal ein bisschen anpassen. Um das zu tun, selektieren wir unsere Bilder, die ja ein Child von unserer Gallery Image Klasse sind und sagen, okay, die sollen oben in der rechten Ecke positioniert werden. Also genau hier oben in der Ecke werden jetzt unsere Images an unseren Link positioniert. Das bedeutet, wenn ich das abspeichere, positioniert sich das hier drin nicht wirklich anders. Wir können aber mit 100% Weite jetzt dafür sorgen, dass es einfach richtig zu sehen ist und wir sagen später auch noch ein Scale sowie eine Animation. Das bedeutet Scale 1, Transition 250 Millisekunden, All und für einfach, weil wir es mögen, noch ein Ease In. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Erstmal passiert hier jetzt nicht viel. Was wir jetzt aber machen können, ist zu sagen, wenn ich mit der Maus mich hier bewege, sollen unsere Bilder sich in irgendeiner Form animieren. Wir wollen natürlich nicht nur unsere Bilder animieren, sondern auch unsere Gallery Image Klasse, also unseren Link an sich. Das bedeutet, wir sagen jetzt, in dem Moment, wenn wir mit der Maus über eins unserer Bilder drüber gehen, beziehungsweise in diesem Fall über die Gallery Image Klasse, dann wollen wir das Ganze skalieren auf 1 und wir wollen das Bild, was sich darin befindet als Child, animieren auf 1.2. Gleichzeitig wollen wir in dem Moment, wenn wir klicken, das Ganze animieren auf 0.9. Das speichere ich jetzt ab und gehe hier drauf. Wir sehen, unser Bild animiert sich. Wenn ich klicke, wird unser Bild kurz kleiner, sodass wir auch einen kleinen Effekt haben, wenn ich irgendwo draufklicke. Das Ganze funktioniert soweit ganz gut, aber es gibt ja den Siblings-Effekt. Und wie genau funktioniert das? Das müssen wir uns jetzt nicht erstmal ansehen. Um unseren Effekt zu verstehen, müssen wir verstehen, wie der zusammenhängt und was genau passiert. Wenn ich mit der Maus über mein Bild gehe, dann haben wir ein Event ausgelöst. Was bedeutet, der erste Step ist, welche Events triggern wir überhaupt, nämlich wir triggern unser Maus-Over-Event. Das können wir mit CSS selektieren, einfach mit Doppelpunkt Hover. In dem Moment können wir aber gleichzeitig selektieren, alle Bilder, die nicht gehabbert werden, haben wiederum einen eigenen Event-Trigger. Das können wir benutzen, um hier dafür zu sorgen, dass die Bilder transparent werden und gleichzeitig kleiner werden. Über unsere normalen Maus-Over können wir also auch dafür sorgen, dass unser Bild größer wird. Diese Information können wir dann anwenden, um generisch abhängig von dem Bild, was ich gerade mit der Maus berühre, die anderen Animationen durchzuführen. Um das zu tun, gehen wir jetzt mal zurück in CSS. Wir haben ja hier schon einen Event-Trigger erstellt, nämlich unser Hover-Event. Genau so ein Event brauchen wir jetzt noch einmal. Also dieses Event benutzen wir jetzt allerdings hier oben auf unserem Parent, nämlich der Gallery. Hier sagen wir nämlich, wenn wir mit der Maus über unserer Gallery sind, dann wollen wir etwas machen. In meinem Fall möchte ich nämlich dafür sorgen, dass wir hier drin unsere Childs ansprechen. Also alle Gallery-Images wollen wir jetzt ansprechen und hier wollen wir dafür sorgen, dass wir einmal den Scale animieren auf 0,95 und die Opacity wollen wir ebenfalls animieren. In dem Moment, wenn ich das mache und ich mit der Maus jetzt hier rübergehe, sehen wir, dass alle Bilder betroffen sind. Also wir werden gerade alle Bilder klein und nur ein Bild bzw. wird ein bisschen größer, weil wir das hier unten angesprochen haben. Wir könnten jetzt hingehen und sagen, hier wollen wir Scale 1 animieren und die Opacity auf 1. In dem Moment funktioniert unser Sibling-Selector ebenfalls. Wir können das aber sogar noch ein bisschen besser spezifizieren und wir können diese beiden Elemente komplett hier rausziehen. Das brauchen wir nämlich gar nicht, weil wir müssen den Scale unseres Bildes gar nicht animieren, sondern wir wollen nur die anderen Bilder animieren. Um das zu tun, können wir jetzt einen Pseudo-Selector benutzen, nämlich den Not-Selector. Wir sagen hier also, innerhalb unseres Event-Triggers, Mouse-Over, selektieren wir alle Bilder und hier selektieren wir alle Bilder, die nicht gehovert sind. Das bedeutet, wir sagen jetzt, wenn wir nicht mit der Maus über unserer Klasse sind, dann wollen wir diese beiden Attribute animieren. Wir speichern das Ganze ab. In dem Moment, wenn ich hier rübergehe, animieren wir nur noch die drei Bilder, die wir nicht mit der Maus berühren und unser Bild an sich bleibt unbeeinflusst. Damit haben wir unseren Sibling-Selector gebaut und wir können uns jetzt darum kümmern, wie wir diesen coolen Cursor animieren bzw. erschaffen können. Dann gucken wir uns doch mal an, wie genau unser Effekt eigentlich funktioniert. Ich habe hier meinen normalen Maus-Cursor. Der beeinflusst sich eigentlich nicht wirklich und ist unverändert. In dem Moment, wenn ich mit der Maus allerdings ganz knapp auf das Bild gehe, sehen wir, dass unser Maus-Cursor sich verändert und zwar verschwindet er komplett. Das ist das Erste, was wir uns merken müssen. Das Zweite, was wir uns merken müssen, ist, dass wir einen großen Punkt bekommen mit einem Backdrop-Filter, also mit so einem Blur. Da müssen wir uns überlegen, wie können wir diesen Blur schaffen. Außerdem haben wir da drin ein Icon. Dieses Icon kann natürlich auch zum Beispiel durch Text ausgetauscht werden. Das liegt ganz bei euch. Ich habe hier ein Icon hinzugefügt. Außerdem haben wir eine Animation, dass uns dieser Button mehr oder weniger folgt und sich wie ein normaler Maus-Cursor verhält. Das müssen wir also auch irgendwie lösen. Und wenn wir das wieder verlassen, sollten wir auch wieder zurückkehren zu unserem eigentlichen Maus-Cursor. Und diese Steps gehen wir jetzt mal ein bisschen durch. Also weiter geht's. So, dann legen wir doch mal los mit unserem Cursor. Das Erste, was wir gerade definiert haben, unser Standard-Cursor soll nicht mehr zu sehen sein. Das bedeutet, wenn ich mit der Maus über eins unserer Bilder drübergehe, dann wollen wir keinen Cursor mehr sehen. Das Ganze geht ziemlich einfach. Wir gehen hier in unsere Gallery und sagen bei einer Maus over über unsere Gallery, bitte keinen Cursor. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, wir haben keinen Cursor. Alles funktioniert noch normal. Aber der Cursor ist an sich weg. Grundsätzlich können wir jetzt weitermachen und als erstes unsere Box für unseren Cursor erzeugen. Denn unser Cursor ist nicht ein Standard-Bild oder so etwas, sondern einfach eine Div-Box. Diese Div-Box hat wiederum ein Child und das Child ist auch eine Div-Box. Allerdings mit einer anderen Klasse, nämlich Cursor-Content. Was hier drin steht, ist komplett euch überlassen. Ihr könnt, wie ich, hier ein Bild einfügen, ihr könnt aber auch Text benutzen. Das liegt ganz bei euch. Vielleicht das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir aber noch nichts, außer dass unser Cursor immer noch verschwunden ist. Wir wollen jetzt unseren Cursor erstmal wieder projizieren. Dafür gehen wir hier in unsere Style-Datei und sagen, wir würden hier gerne unsere Cursor-Klasse gestalten. Und als erstes sagen wir das wichtigste Attribut, nämlich Pointer-Events-None. Damit sorgen wir nämlich dafür, dass unser Cursor-Div-Box komplett unsichtbar für die Maus ist. Und wir wollen jetzt eine weitere Box erstellen, nämlich eine Klasse mit Size. Diese bekommt von uns 60 Pixel Höhe und Weite, außerdem eine Positionierung in der oberen linken Ecke des Screens und natürlich ein Border-Radius, um eine runde Div-Box zu erzeugen. Wir können jetzt hingehen und diese Attribute über einen SCSS-Trick, nämlich extend.size, an unsere Cursor-Klasse vererben und können jetzt hier unser Child stylen, nämlich Cursor-Content. Auch hier sagen wir exakt dieselbe Klasse, damit beide sich gleich verhalten und wir wollen alle Elemente hier drin zentrieren. Das machen wir über Display-Grid und Place-Item-Center. Damit werden die auf der vertikalen und horizontalen Achse zentriert. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, sehen wir hier oben unser viel zu großes Bild. Das können wir ziemlich einfach steuern, indem wir unser Bild einfach über width 20% kleiner machen und wir verschachteln das so, dass es ein Child von Cursor-Content ist. Jetzt sehen wir, unser Bild hier oben ist kleiner und wir können einfach noch eine Hintergrundfarbe vergeben, in meinem Fall Background Color und dann CI White, 30% Opacity. Wir haben jetzt hier oben einen wunderbaren kleinen Cursor, der bewegt sich aber nicht wirklich und das ist das Erste, was wir jetzt machen sollten, wenn wir unseren Cursor in irgendeiner Form benutzen wollen. Aber wie genau können wir denn unseren Cursor bewegen? Das Erste, was wir brauchen, ist hier oben einfach eine Selektion, nämlich eine Variable Cursor, wo wir unsere Klasse Cursor selektieren. Das Nächste, was wir brauchen, auf unseren Body erzeuge ich mir jetzt über ein Event-Listener Maus-Move einen Event-Trigger, der immer aktiviert wird, wenn wir unsere Maus in irgendeiner Form bewegen. Um jetzt unsere X- und Y-Positionen zu definieren, um hier diesen Cursor mitzubewegen, sage ich ClientX, ClientY aus unserem Event. Das Nächste, was wir brauchen, ist eine JavaScript-Animation. Das ist ganz einfaches JavaScript, wo wir jetzt sagen, wir haben eine Liste von Keyframes und Animationsoptionen. Unsere Optionen sind relativ übersichtlich. Wir sagen einmal, wir haben eine Duration, also wie lange dauert unsere Animation. Dann haben wir natürlich ein Easing, nämlich Ease In und Out und ganz, ganz, ganz wichtig, wir haben eine Fill-Property, nämlich Forwards. Forwards bedeutet, dass in dem Moment, wenn unser Maus-Move aufhört, dass unsere Animation da stehen bleibt, wo sie vorher war. Das Nächste, was wir brauchen, ist ein Keyframe. Dieser Keyframe beschreibt bei uns Transform und Transform bezieht sich hier auf ein Template-String, wo wir Translate definieren. Translate ermöglicht es uns, die X- und Y-Achse unseres Elementes zu beeinflussen und hier verweisen wir auf zwei verschiedene Variablen, und zwar einmal auf ClientX und ClientY. Das Ganze speichere ich jetzt ab und in dem Moment sehen wir, unsere Maus bewegt sich mit, allerdings haben wir hier ein Problem. Und zwar ist das irgendwie verschoben. Unsere Box ist 60 auf 60 Pixel. Das bedeutet, wir müssen diese Box noch negativ verrechnen und wir sagen hier also minus 30 und dasselbe auch auf der Y-Achse ebenfalls minus 30. Jetzt sehen wir, das Ganze sieht wunderbar aus. Wir können das also so benutzen. Wir könnten das Ganze sogar noch ein bisschen generischer halten, indem wir hier sagen, wir haben unseren Cursor und sagen hier Kunst und hier haben wir eine Weite. Wir sagen hier, wir haben eine Whiz und wir haben natürlich auch eine Height aus unserem Cursor und hier sagen wir Get Bounding Rectangle. Damit haben wir eine generische Weite und Höhe und könnten jetzt hier sagen Weite durch 2 und hier unten sagen Höhe durch 2. So sind wir komplett generisch. Wir haben denselben Effekt. Allerdings haben wir, wenn sich unsere Größe verändert, kein Fehler in unserem Skript. Um unseren Cursor jetzt deutlich interaktiver zu machen und zu verstecken, müssen wir als erstes mal alle unsere Bilder selektieren. Wir haben hier Images, Document, Query Selector, Gallery, Image, also eine Liste aller unserer Bilder. Diese Liste gehen wir jetzt durch. Das machen wir über eine ForEach-Loop, einfach hier in JavaScript und gehen jetzt für jedes Bild einzeln hier durch. Das nächste, was wir brauchen ist, wir wollen immer, wenn wir das Bild betreten, also ein Mouse-Enter-Event auslösen, etwas machen. Und gleichzeitig wollen wir immer etwas machen, wenn wir unsere Maus verlassen. Wir könnten ja einfach mal damit anfangen zu sagen, okay, wir haben hier unseren Cursor und immer, wenn wir unser Cursor betreten, beziehungsweise unser Bild betreten, würden wir gerne unserem Cursor etwas hinzufügen, nämlich eine Klasse Active. Und hier unten würden wir das gerne wieder entfernen. Wir sagen also hier unten Remove Active. Das klingt doch mal nach einem Plan, das speichern wir jetzt und gehen hier mal kurz in CSS, um zu sagen, okay, wenn wir unseren Cursor haben, wir haben jetzt hier eine Klasse hinzugefügt, nämlich Active und wenn das ist, dann wollen wir gerne Opacity 1 ermöglichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir das gerne ausblenden und sagen hier Opacity 0. Jetzt ist er nicht mehr sichtbar. Wir gehen hier rüber und es wird sichtbar. Das sieht doch schon mal wunderbar aus, aber wir haben hier eigentlich ja so einen kleinen Effekt drin, dass wenn ich mit der Maus hier rüber gehe, das so reinzoomen quasi. Okay, wie können wir denn so einen Zoom erschaffen? Das Ganze funktioniert über Scale. Wir sagen hier Scale 1 und hier oben Scale 0. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche und hier reingehe, sehen wir aber irgendwie verhält sich das komisch. Das verhält sich nicht so, wie das hier ist. Und das liegt daran, dass wir jetzt gerade unseren Scale auf das Element animieren, was über Transform auch definiert wird und das beißt sich ein bisschen. Deswegen müssen wir unser Skript hier noch etwas überarbeiten. Wir brauchen nämlich unser Content, unser Cursor Content. Das bedeutet, wir brauchen eine zweite Selektion hier oben, Cursor Content und dann sagen wir Document Query Selector Cursor Content und animieren unsere Klasse nicht auf unserem Cursor an sich, sondern nur auf dem Content unseres Cursors. Wenn wir das machen, bedeutet das, diese Active Brat müsste hier unten rein. Außerdem muss unser Scale hier oben auf unseren eigentlichen Cursor Content gelegt werden. Das löschen wir raus, speichern das Ganze jetzt ab, formatieren das noch korrekt. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, sehen wir, das funktioniert doch schon mal gar nicht schlecht. Allerdings haben wir noch keine Animation. Das können wir ziemlich einfach nachreichen, indem wir hier eine Transition 250 Millisekunden hinzufügen mit Scale über Ease In und Out. Jetzt sehen wir, wir haben hier schon mal unsere Animation, so wie wir das in unserem Beispiel auch haben. Das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist, wir brauchen noch diesen lustigen kleinen Effekt, dass unser Cursor unsere Bilder blurrt. Hierfür können wir einfach Backdrop Filter benutzen. Das ist ein CSS-Attribut, was wir auf diesem Channel schon unendlich oft verwendet haben. In meinem Fall mit Blur 3 Pixel. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich mit der Maus hier rüber gehe, haben wir hier unseren Cursor erschaffen. Und das Ganze funktioniert so wie in unserer Demo. Und damit sind wir auch schon fertig mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, einen Kommentar unter dem Video. Oder schreibt doch mal, was ihr mit dem Effekt anstellt und was ihr euch für die nächsten Videos wünscht. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.